Diese bewegliche RoboCam hat stets ein wachsames Auge auf Ihr Zuhause oder Ihr Büro. So können Sie sich immer sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Die Kamera können Sie absolut komfortabel über das Netz fernsteuern. Sie bietet ein riesiges Sichtfeld, da sie horizontal schwenkbar und vertikal neigbar ist. Sie überblicken also spielend den ganzen Raum. Um einen wirklich umfassenden Überblick zu gewinnen, fährt die RoboCam im Auto-Patrol-Modus bis zu acht voreingestellte Positionen nacheinander ab. Das integrierte Mikrofon überträgt außerdem alle Geräusche. Wenn Sie einen Lautsprecher anschließen, können Sie via Zwei-Wege-Kommunikation sogar Kontakt zur Person im überwachten Raum aufnehmen. Auf Wunsch erstellt die RoboCam in regelmäßigen Abständen Schnappschüsse und sendet Ihnen diese automatisch per E-Mail. Die Zeitintervalle können Sie selbst mithilfe der Software UltraView festlegen. Dank der drahtlosen Signalübertragung produziert die Kamera auch übrigens keinen Kabelsalat. Also, auf was warten Sie? Dieser kleine Spion freut sich schon auf den Einsatz bei Ihnen zu Hause.